Ein Songslam ist also ein Wettbewerb mit mehreren Interpreten, Moderatoren. Mit mehreren Interpreten, die Moderatoren dürfen nicht gewählt werden. Ein Glied vortragen. Anschließend haben Sie vermutlich alle einen Abstimmgegenstand erhalten. Kann ich mal kurz erfahren, was Sie erhalten haben? Ein Positives. Vielen Dank. Es wird eine erste Runde geben. Danach wird abgestimmt. Zweite Runde. Endabstimmung. Schönen Preis. Nach Hause nehmen darf. Vielen Dank. Mit dem Wettstreiter beginnen. Pssst. Ah, sehr schön. Junge Frau, darf ich Ihnen den Stuhl noch hinterbringen? Wie ist denn der Modus eigentlich? Wie ist denn das Finale? Vier. Drei. 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 Vielen Dank.